so ich bin jetzt wieder hier ich habe halt das mal ausgemacht und ich muss ja wieder ganz von vorne starten hier von der kirche aus oder von Bauernhof und dann halt im weiten wieder hier runterlaufen und ja aber da war nichts und jetzt halt bin ich wieder hier angekommen ich soll ja noch irgendwie einen hinweis finden auf dem sportplatz aber das ist nicht so einfach und hier soll ja auch noch was sein das mal gucken der weg nach seit haben und so weiter finden den luftfurtbunker in seit haben und erkunde ihn ich würde sagen ich mache das erst mal so dann ist das hier der bunker irgendwo aber das auf dem sportplatz das bleibt ja an das ist ja gut da muss ich mal sehen kann ja trotzdem mal gucken hier habe ich das eine oder andere haus rein kann nur hier muss man aufpassen weil hatte einmal so mien gefunden und naja vielleicht noch das eine oder andere haus oder noch mal die mine ist oder was ja hier hat einer ganz alte telespiele mal gespielt pacman vielleicht später mehr das punk oder so ja also pacman ist es nicht unbedingt meins aber so spät wenn wir das und zwar die auch mal los hier ist gar nix ja gut o um ja also ja 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 Aber ich habe den Evacuerungsplanen hemma, also ring mich, sofort du hörst! Bücher da, Bücher da... Na gut. Wieso müssen die Katzen immer dann kacken, wenn ich anfange zu spielen? Ich verstehe es nicht. Okay, ich muss mal eben die Toilette sauber machen und dann... äh, ja... kurzer Schnitt. So, ich habe jetzt die Toilette von den Katzen sauber gemacht. Hat er ganz gut reingemacht. So, ähm... Aha, Spritze. Und Munition fürs Gewehr, das ist doch immerhin was. Ähm... Gut. Hm... So... Wo muss ich denn jetzt ungefähr hin? Was sagt mir das Ding hier? Irgendwie nach oben, ne? Findet ihr den Bunker? Ja, wo ist denn hier ein Bunker? Müssen wir mal alles durchgucken. Also, was sieht aus wie ein Bunker? Hier sehe ich immer mit nur Häuser. Viele Häuser. Und so. Oh, oh. Oh, oh. Ähm, ich würde mal sagen... Ab in die Garage. Äh, geht das zu? Ja, kann ja, mach zu. So. Das ist nur hier jetzt offen. Ähm... Ähm... Äh... So, meine Sachen sind noch da gelegt. Ja, genau. Äh... 40 Mal kann ich da jetzt noch essen. Okay. Aber im Moment scheint hier keiner zu kommen oder so. Wo ist der Bunker? Bunker, Bunker, Bunker. Ich sehe im Moment nur hier rechte Seite, hohe Häuser. Da oben Häuser. Ähm... Hm. Wo würde man am liebsten einen Bunker hinbauen? Die sind doch eher irgendwo oben, ne? Ähm... Wo bist du? Ach, da unten? Ui. Eine Maschine. Moment. Oh, der war vorbei. So. Ähm... Ähm... Ist der Hilfe im Stahl und Vollmantel-Munition? Gut. Ähm... Sieht aus, als wenn man das hier aufmachen könnte. Aha. Vogeldunst-Munition. Das ist doch schön. Ähm... Ne, das lasse ich mal hier drin. Okay. Wo ist denn jetzt hier? Hallo? Wer wohnt hier? Person. Aha. Der hat den Person-Teppich erfunden, oder was? Hallo? Ich bin der Postbote. Ich hab Munition mitgebracht. Äh, was? Ne, danke. Ich muss nicht aufs Klo. Ähm... Das gelbe Telefon. Meine Küche. Ähm... Kann man hier kein Licht machen? Ne, geht nicht. Okay, hier wurde ein Spiel gespielt, wo man die Karten da in der richtigen Reihenfolge machen muss. Das ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Trautes Heimglück allein. Äh, die kriegen wir leider nicht auf die Fränke. Äh... Ne. Da war eine Gitarre. Telefon. Tja. Essen. Ähm... Na, was sieht das denn aus hier? Irgendwas. Kartoffeln. Und so. Tja. Hier ist aber nichts. Ähm... Hm. Okay, da unten läuft noch einer, wie es aussieht. Ja. Zwei sogar. Okay. Aber da muss ich ja im Moment nicht hin. Ähm... Hm. Bunker. Wo bist du, oller Bunker? Wenn ich das wüsste. Wer wohnt denn hier? Ähm... Ach, hier fliegt wieder sowas rum. Die Dinger machen immer ping! Wie bei so nem U-Boot. Abgesperrt. Was ist das? Wie bei so nem U-Boot. Ähm... Okay, etwas Muni wieder. Zum Wachen. Tja. Hm. Hm. Tja. Hm. Ähm... Bunker, wo bist du? Bunker, wo bist du? Wenn ich wüsste, wo der ist. Hallo, die Post ist da! Ihr Sohn hat ein Gewerbe bestellt? Äh... Äh... Okay, was gab es heute? Dünnfiss. Oh. Ne. Das ist nichts. Dünnfiss mit Ketchup. Ähm... Die haben auch Karten gespielt. Hm. Keine Frau im Bett. Schade. Was haben wir denn hier? Draußens heim genug. Allein. Fuhm wieder. Oh, wawala. Ähm... Dann geh ich doch lieber hier raus. Ach... Oh, wawala. Alter, die Suche nach dem Bunker, ey. Das ist so'n Ding hier, ey. Das ist so'n Ding hier, ey. Das ist so'n Ding. Ein roter Rockzeug. Oh, einmal Erste Hilfe. Das ist gut. Jede Menge Holz. Hinterhütten. Ähm... Hm. Abgesperrt, nur toll. Ähm... Hm. Hier ist gar nix. Hä? Da ist ein Laden. Da auch. Ähm... Hm. Da ist bestimmt was zu holen im Laden. Ähm... Warte mal. Wo ist das denn jetzt hin? So... Oh, die hab ich schon gesehen. Ähm... Ja... Ja... Äh... Natürlich. Jetzt ist ein Zaun im Wege. Der war eben noch gar nicht da. Hahaha. Ah... Ah... Ja... Ja... Okay. Hier rein. Klappe zu. Äh... Ich finde es ein bisschen blöd, dass hier dann hier nichts ist dann. Wenn du drauf gehst, dann musst du den ganzen weiten Weg über den Bauernhof wieder machen. Über die lange Straße, über die Brücke wieder. Dann dauert es immer ewig, bis man wieder hier ist, ey. Das war was drin, nein. Ähm... Ach, da ganz hinten ist einer. Natürlich. Wie kann der mich denn bitte von sehen, wenn der da ganz hinten ist? Wie kann der mich denn bitte von sehen, wenn der da ganz hinten ist? Hm. Ähm... Ähm... Oh nein... Ach, da war... Defektion... So, nein, ne? Gut... Da wollt ihr nicht... Ach, den hab ich jetzt mitgetroffen! Na super! aber ist die hilfe aber klebt doch und so weiter und hier auch wieder money nach das war doch mal hat seine explosion ihn auch hoch gejagt ja pengpuff papp die die bumm na super toll reihe das zu genagelt Mantel, Munition und so weiter, hier ist auch wieder was, äh, Brennfdorf, Zelle, hier ist auch was, okay. Das hat sich ja mal gelohnt, was war denn das hier mal, war das auch eine Maschine, okay, alter ist ein Riesenteil, ey, haben die Kleinen vielleicht gegen den Großen gekämpft oder wie und dann, ja hat keiner von denen. Gesiegt hier, äh, einmal erste Hilfe, äh, andere Seite, Moment. Nee, das freu' ich nicht, danke. Oh, hier sind auch jede Menge Dosen. Ja, Munition ist gut. Das ist ja wichtiger als Geld, haha. Oh, da haben die sogar dann auch mit Panzer gegen die Maschinen gekämpft, ey. Kommt leider nicht hoch. Ähm, nö. Hm, auch wieder die andere Seite. Oh, und, jawohl, Muni. Nochmal Muni. Muni, Muni, Muni. Ist so funny. Ist so funny. Okay. Dann die nächsten Wahl. Da ist nix. Wer? Wer hat den denn ausgeräumt hier? Was tut das? Äh, zweimal Muni, einmal die Waffe, einmal hier ne Waffe, einmal erste Hilfe, ja super. Hier in der Stadt lohnt sich das richtig. Wenn man nur hier wieder wach werden könnte. Wenn man einmal drauf geht, aber... So, wann kommt die nächste Fähre? Kann ich nicht erkennen. Äh, Textil brauche ich nicht. Moment, erstmal der Kleine. Eine Violette-Strick brauche ich nicht. Noch eine Mütze. Sag mal, ich... Ich hab davon so viel. Nein, ich will auch keine gelbe Anführung haben. Ähm, okay. Hm. Äh, Lippen. Lippenstift. Nein. Ja, erste Hilfe. Das kann ich essen. Kettlub und Senf. Füllen noch die Currywurst oder sowas. Naja. Ähm. Hm. Vekommenhem. Jawohl. Äh. Hier steht immer dasselbe dran. Kaffee 5 Euro. 8 Euro. Saft 1,50 Euro. Saft 1,50 Euro. Das andere 5 Euro. Weiß ich nicht, was das sagen soll. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne, äh, die letzten Pralinen vom letzten Monat oder so. Hm. Lecker. Alter. Ah. Okay. Hm. Hier gibt es sowas wie Fante breit und solche Sachen. Ist da Geld drin? Nein. Ähm. Eiss. Im. Ämm. Eiss im Karton. So mitnehmen. Ne. Komm, lass es mal. Eiss to go. Oio. Äh. Eine Fackel. Äh. Ne. hier ist auch nichts sonst ist hier auch nichts mehr tja da ist auch nichts drin Postenmunition ok dann brauche ich jetzt hier mal rein ähm, Moment nimm sie doch mal mit dir Feuerwerkskörper ähm, gleich zu viele auch wieder was zu essen Kartoffeln ok, irgendwelcher Saft nehme ich mal an so viel Saft irgendwas in Öl oder und Öl zum Berat ah, guck mal hier einmal zweimal dreimal viermal ja, super ach, nochmal vier und zwei sind, ne langes Brot das ist doch mal was hier äh gibt sogar noch Toilettenpapier ähm tolle Küche äh äh auf jeden Fall die Jelenmenge ja immer noch kein Bunker gefunden hallo, was hat der schön für zwei Waffen Munition auch brennt brennt doch hier oh alter hier gibt's ja viele erste Hilfe dinge oh man ey lass doch mal hier irgendwo was sein wo ich dann wieder wach werden kann wenn ich mal drauf gehen sollte hier gibt's so viele erste Hilfe Sachen äh Blumenerde und Blumen wie unangenehm ok, ein Blumenladen grüne Waffen die Pflanzen Heilkräuter aber ich hab noch keinen Bunker gefunden ey, das kann doch eh nicht wahr sein ich bin jetzt wo hier vorne äh muss ich noch weiter hoch ich lauf mal ein bisschen hm wo würde man hier einen Bunker hinstellen wo würde man hier einen Bunker hinstellen das ist die Frage ähm ähm da ist ein kaputtes Haus da war hier gestern schon mal drin so hier oben hm hm eigentlich in Billa aber nicht in Kunterbund äh äh komm gib mir zweimal Muni oder sowas ja gut zwei verloren äh ist auch Muni ähm blau ähm mitnehmen 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 jawohl jawohl hm erste Hilfe, zweite Hilfe, dritte Hilfe haha ähm ähm da liegt noch mehr äh wo alle wo alle was habe ich denn hier ist ja Hilfe Dinge gesammelt ey das sind doch bisher von 15 oder mehr fachmatt und die Dame äh hallo hier ist auch keine Frau im Bett äh ah eine Waffe Munition das ist doch ähm ähm noch eine Möller PP das gibt mir jetzt wieder Munition ähm ähm und läuft fackeln also Notsignale ja ja okay hm ready oh Gott oh Gott äh äh System 91 130 so und so ja kann aber leider nicht da drauf tippen haha okay gut ach man ey das kann echt nicht wahr sein ähm ähm hey du ich hole dich jetzt im Bunker wo ist er denn ein Bunker der dicke Mauern hat Waffen 0 von 1 ja aber wo soll denn hier eine Waffe sein hm ist das der Eingang vom Bunker nein schade aber wo ist er denn wenn der ist echt schwer zu finden der ist echt schwer zu finden da au ach die ich auf dem Dings Sportplatz drehen wieder ihre Runden ähm ähm hm 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 tja wo mag der Bunkel eine ein hau steht da am Wasser das muss ich mir doch mal angucken das Haus am See äh am Wasser am Wassersee oder so ok ok ich kann nur hier das Boot nehmen und dann abhauen diesen Ort verlassen so brumm brumm ähm 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 aber naja schade kann gern Boot fahren kann kein Auto fahren wo ist denn diese olle Bunker ey uah oh Gott das ist wiederum Gelaufe macht ja müde ey hm 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 Tannenbäume Tannenbäume keine Ahnung wo ich jetzt hier hinkomme aber mal gucken hier ist ein breiter Wald also au äh äh der steht jetzt nur rum oder was? nein er geht weiter ok Oh, das ist ja noch alt. Ach, das ist ja so ein edend langer Zaun. Ne, dann warte ich hier mal. Wobei. Hm. Oh. Ja. Ja. Ah, ah, ah. Hm. Was heißt das denn da immer? Oh. Hoppala. Ah. Da, 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 da. Das ist ja weg hier. Wo bist du? Ach, da bist du. Moment. Alter, warte Moment Ui, der hat auch eine flacke Waffe Alter Au Äh, ach gleich zwei Hunde hier Bleib doch, warte, warte, warte Oh weia, oh Gott Äh, Moment, Moment Lass mich einmal kurz hier rum, sit So, ich muss mal kurz hier was Und dann Einmal Muni Gib mal nochmal ein So, das reicht dann erstmal Okay Ja Ah, hi Ja, ja, ja Warte, warte, warte Komm, ich spiele Fußball Ah, ich hab gedruckt zum Ballern Ach Ja, nochmal zweit Noch, ah ja, von da kommt auch noch einer Natürlich Das sind ja mehr wie vier jetzt Ähm 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 Moment, wenn da jetzt vier oder fünf Auf einmal rumlaufen Und dann von allen Seiten was kommt, nee Das ist so gefährlich Äh, verstehe ich mich erstmal hier drin So Dann bleibe ich erstmal hier, was haben wir denn hier Oh ja Ah ja Und immer findest du nur ein Ärzte Kasten In welchen Kisten, Drohnen oder sonst was Nicht mal so ein Paket voll irgendwie Also wo so zwei, drei, vier oder was weiß ich wie viel drin sind Hehehe Immer nur ein, 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 ein Ja, wahnsinnig Hm Wo seid ihr denn jetzt alle, hm Ihr wollt doch vier Stück oder fünf auf jeden Fall Hm Hm Tja Ähm Oh, 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 oh Wo, 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 wo Ähm Oder Oh, 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 oh Do, oh, 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 oh Oh really código Er Ähm... Ähm... Genau. 100 Meter entfernt. Und trifft er noch. Äh, da kommt Bobby an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh... Ha, ha, ha. Oh, hopp. Ähm... Hier ist ein bisschen zu viel freie Bahn. Aber egal, ich kann ja auch beim Laufen essen. Lalalalalala... Äh... Okay, da kommt einer angelaufen. Schnell hier rein. Ähm... Ähm... So... Okay, warte mal. Kann ich noch mal ein Name hier? Oh! Äh... Äh, 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 äh... Komm her, komm. Das war vorbei. Äh... Oh! Halt! Lauf da nicht vorbei! Halt! Na komm! Hol da! Oh! Moment! Äh... Äh... Ähm... Der Funk geht so schön, der ist beim Funkeln mal wieder. Ähm... Der Funk geht so schön, der ist beim Funkeln mal wieder. So, der ist auch weg. Okay. Moment. Ohlalalalalala... Ohlala... Äh... 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 Oh! Alter, da hat er, glaube ich, mein Fass getroffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich wollte das fast auch irgendwie der Hinterstimm oder was werden. Ei, 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 ei. Okay, 75 habe ich da erst mal. Äh... Äh... Oje. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Geht doch nicht weiter! Hütte hier raus! Das ist... Das ist mein Zuhause. Donner, weiter, was hast du denn da ist verloren, Mensch? Vollmann sind wir noch nicht so in 10 und 7 mal Stahl. Äh... Alter. Hat der ein dickes Rohr gehabt, ey. Äh... Ähm... Ähm... Ja, das sind sogar die Autos hochgegangen, ey. Das ist doch... Notsignaler. Immerhin sind die Dinger noch... Oha. Äh... 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 Ja, erste Hilfe noch gerettet. Äh... 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 Das brauche ich nicht. Wie denn diese Feuerwerkskörper, ey. Ich hab noch gar keinen Gebrauch, glaube ich. Doch mal erst... Ja, gut. Ich hab ja jetzt einige gesagt. Erste Hilfe. Verbrauch. Aber... Hei, hei, hei. Okay. Den dicken habe ich. Der ist auf Hopsing gegangen. Ja. Ja. Schön viel Money. Oh Gott, so viele Fahrräder. Der hat... Ne, ich... Den habe ich... Wo davon... Hm... Und immer noch keine Ahnung, wo der Bunker ist. Ich kann das hier auch nicht erkennen, wo es sein soll. Das ist eine Sehenswürdigkeit, aber... Äh... Tja... Ich bin jetzt hier... Hm... Ich muss echt mal gucken... Ob ich den Bunker finde oder den nächsten Hinweis hier. Ich hab eigentlich hier die Ecke durch, aber... Hm... Gut, ich fau da nochmal. Ähm... Das muss das Haus am Wasser gewesen sein, oder was? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt auch aufhören. 46 Minuten, gleich 47... Ja... Ich lauf hier mal weiter rum. Und wenn ich einen... Roboter oder eine Maschine sehen sollte... Klar, nehme ich es auf. Wenn nicht, dann nehme ich halt nichts auf. Und ansonsten nehme ich dann jetzt wieder auf, wenn ich den Bunker gefunden habe. Ich suche jetzt aber hier so ein bisschen die Gegend ab. Also... Dann macht's erstmal gut und dann... Bis zum nächsten Mal, ne? Bye, bye!